Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. All diejenigen, die mir auf Instagram und auf Facebook folgen, wissen, was jetzt gerade in den letzten Wochen hier in der Werkstatt passiert ist, in der zweiten Hälfte meiner Werkstatt passiert ist. Ich habe mir einen Korpus für meine, also eine Kappsägenstation gebaut. Ich habe mir eine kleine Küchenzeile hingebaut, die noch nicht komplett fertig ist, aber die ich auf jeden Fall jetzt schon mal nutzen kann. Und dann habe ich natürlich noch die Wand, die möchte ich euch auch noch gleich zeigen. Es ist auf jeden Fall einiges passiert und zwar ein paar schöne Dinge. Hier seht ihr meine kleine Küche, die ich gebaut habe. Das ist die kurze Wand, die ich eigentlich noch für irgendwelche Regale und Schränke nutzen wollte, damit ich da ein bisschen Material verstauen kann, Werkzeuge oder irgendwelches Verbrauchsmaterial oder sonst was. Stattdessen habe ich mir doch eine kleine Küchenzeile hingebaut und die Verkabelung dort schön versenkt hinter in dem Korpus. Und da sind auch ein paar Plastikboxen, wie ihr sehen könnt, ein Kühlschrank. Und da habe ich jetzt vorübergehend etwas Holz reingepackt für meinen Kamin. Das Ganze besteht aus OSB, 15 Millimeter, habe es grau gestrichen und dann habe ich hier Dielenbretter genommen. Das sind zwei Zentimeter dicke Bretter mit Nut und Feder. Die habe ich einfach miteinander verleimt zu einer Platte und die äußere Kante, die habe ich einfach mit einer Leiste aus demselben Material verklebt und verdübelt. Auch hier habe ich auf die Details geachtet, dass es auch hier an der Ecke schön ist, dass es an der Ecke schön abschließt und dass ich da die Verkabelung im Korpus verschwinden lasse. Im Gesamten gefällt mir das sehr gut. Wie gesagt, hier müsste ich vielleicht noch zwei Türen einsetzen und auch hier könnte man in Zukunft ein paar Sachen verstauen. Jetzt kommen wir zu dem Regal, das ich vor einiger Zeit gebaut habe. Das kennt ihr ja. Das habe ich hier abgestellt. Das stand auch eine Zeit lang in meiner Werkstatt oder in meinem Werkraum. Von den Abmessungen her hat das hier am besten hingepasst. Deswegen habe ich es hier hingestellt. Ich hatte erst meine Bedenken gehabt wegen den Plastikkisten, dass die nicht zu warm werden durch den Kamin. Wird es nicht. Man merkt zwar, klar, eine gewisse Temperatur hat man hier in dem Raum, aber die Kisten fangen nicht an zu schmoren, zu schmelzen oder sonst was. Da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der Ofen, der ist seit zwei Stunden an. Dennoch kann ich es hier von außen anpacken, ohne dass ich mich verbrenne. Und außerdem habe ich genug Abstand zu der Einrichtung oder zu der Wand, seitlich wie auch auf der Rückseite. Die Hitze wird hier an den Luftschlitzen abgegeben und nach vorne hin. Deshalb passiert hier gar nichts. Ja, da bin ich auf der sicheren Seite. Was sich aber auf der Seite getan hat, das möchte ich natürlich auch noch zeigen. Und zwar habe ich ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, einen Monat auf jeden Fall, hatte ich mir eine Kapsiege gekauft. Die wollte ich jetzt nicht irgendwo stehen lassen. Ich wollte dafür einen Platz haben, damit ich wirklich, zack, hier was auflegen kann, ablängen und weiterarbeiten. Deshalb habe ich mir das so überlegt, da ich jetzt auch Holzreste habe, die ich ja irgendwo platzieren muss, habe ich mir so einen Korpus gebaut, wo ich hier die ganzen kleinen Reste habe. Aber auch das Plattenmaterial, ich habe jetzt keine riesengroßen Platten hier in der Werkstatt, werde ich auch nie haben. Und wenn dann überhaupt, werde ich die dann halbieren und mir die dann an die Wand stellen. Und da habe ich eine coole Lösung gefunden. Diese Führung, das ist natürlich extrem viel. Dafür müsste ich von hinten begonnen bis nach vorne, bis hierhin, müsste ich eine Werkbankplatte haben, die 90 oder 95 Zentimeter tief ist. Also das wäre ja wirklich extrem viel. Und ich würde natürlich unnötig Platz verschwenden, weil das hier, das sind so circa 30, 35 Zentimeter. Stattdessen habe ich den Korpus so gebaut oder so hingestellt, dass der etwas von der Wand weg ist. Nutzt diese freie Fläche für irgendwelches Plattenmaterial oder Bretter, die ich dann dort abstellen kann. Ich habe in letzter Zeit jetzt zum Glück einiges verbraucht, dass da endlich mal ein bisschen Platz ist. Und habe dann hier in dem Korpus ein paar Holzreste mit reingepackt. Und genauso wie auch hier, da habe ich mir aus Multiplex, aus Resten, habe ich mir zwei Regale gebaut und mir diese ganz kleinen Reste da reingelegt, die ich dann mit der Zeit vielleicht irgendwann verbrauchen werde. Hier seht ihr auch noch ein paar restliche Platten, Bretter, die ich jetzt mal ans Tor angelehnt habe. Das ist jetzt mal so eine vorübergehende Lösung mit dem Tor. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber immerhin besser als vorher. Die unschöne Wand, also wirklich die schrecklichste Wand, war die hier. Die habe ich natürlich wieder mit Sperrholzplatten verkleidet, sodass ich da ein paar Sachen an die Wand hängen kann, festschrauben, verschrauben kann. Das habe ich gemacht und bevor ich überhaupt weitermachen konnte, hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht, vielleicht hier auch noch eine Werkbank hinzubauen. Deswegen hatte ich schon diese obere Platte, die hat sich schon gefertigt und dann wollte ich einfach nur vier Beine hinstellen, die Platte drauf, an die Wand befestigen, dass das Stabilität bekommt und dann sollte das eigentlich okay sein. Bis ich letzte Woche Samstag eine Nachricht von einem Kumpel bekommen habe, der mich gefragt hat, ob ich Metallschränke gebrauchen kann. Metallschränke, die habe ich wirklich seit Wochen auf Ebay-Kleinanzeigen gesucht. Man findet natürlich einige, die sind erstens entweder zu teuer oder weit weg. Ich habe wirklich drei, vier Wochen hin und wieder mal geschaut, nichts gefunden, nichts Passendes gefunden. Jetzt hat mir der Kollege am Samstag die Nachricht geschickt, Ali, ich habe da drei Schränke, Schubladenschränke aus Metall, willst du die haben, ansonsten kommen die weg. Das heißt, der will die entsorgen. Ich sage, ja klar, warum nicht? Her damit, was willst du haben, wann kann ich sie abholen? Er sagt, ja, du brauchst mir dafür nichts zu geben. Ich bringe sie dir vorbei, weil die sowieso im Sprinter sind. Also, ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit diesen Schränken, mit diesen richtig fetten, geilen Schränken. Ich muss ehrlich zugeben, die sind zwar alt und passen jetzt natürlich farblich nicht hier rein. Die Oberfläche, die müsste mal gereinigt werden oder sogar neu lackiert werden. Aber die Dinger bieten wirklich, wirklich sehr, sehr viel Platz. Also schaut euch das mal an. Die Schubladen, die Auszüge, die sind wirklich tip top. Ich habe hier so ein bisschen Metallzeug reingeschmissen und die halten wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier ein paar Etiketten von 1963. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schränke auch genauso alt sind. Das könnte gut sein. Das sind so, da waren glaube ich Akten drin. Aber ich sage euch, die Qualität, wie robuste die Dinger sind, das ist unglaublich. Also hier weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt, ob man das sehen kann. Das sind Auszüge, das sind so fette. Ne, das sieht man nicht. Dafür müsste ich die mal ausbauen. Da sind so fette Auszüge drin, Kugellager. Die kriegt ihr niemals kaputt. Gut, also die haben echt ordentliches Gewicht gehabt. Das sind jetzt nicht die, das sind die zwei großen. Dann habe ich hier, hier auch noch was. Ja, hier seht ihr die, den dritten Schrank, den habe ich unter die Tischbaummaschine abgestellt. Untenrum habe ich das Ganze nochmal ein bisschen mit so einem Rahmen etwas unterbaut, damit das etwas höher ist. Und somit habe ich jetzt etwas Platz und Stauraum. Die Schränke, die werde ich auf jeden Fall sauber machen, auf jeden Fall aufpimpen. Wirklich, dass es quietschfrei wird. Und natürlich auch, ja, Rost entfernen, lackieren und, und, und. Alles, was dazu gehört. Die Frage ist nun, wollt ihr das sehen? Soll ich ein Video dazu machen? Wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Hashtag Schrank. Einfach in die Kommentare schreiben. So weiß ich wenigstens, wer von euch alles das sehen möchte. Jetzt kommen wir zu diesen Körben. Ja, diese Körbe. Ich hasse diese Körbe. Ich sage es euch. Klar kann man da viel drin verstauen, aber ich hasse die Dinger. Ja, jetzt kommt der Trick, den ich da mal angewendet habe. Und zwar habe ich eine OSB-Platte genommen. Eine 15 mm OSB-Platte. Die habe ich von unten ein bisschen verstärkt. Und habe da Rollen drunter gemacht. So, dass ich das gesamte Teil jetzt hier rausziehen kann. Und das Gute daran ist, ich habe den untersten Korb auf diese Platte verschraubt, dass da nichts wegrutschen kann. Das kann nicht weg. Das heißt, ich ziehe den gesamten Stapel hier raus. Da die Kiste ja mit der Platte verbunden ist, kann die Platte auch nicht weg. Und nehme dann die Kiste, die ich brauche, stapel das Ganze wieder und fahre das hier wieder rein. Wenn es nicht gegen den Schrank fahren würde. So. Es sieht optisch natürlich nicht schön aus, wenn man da so gestapelte Kisten hat. Auch da könnte man jetzt hingehen. Vielleicht nimmt man sich eine dünne MDF-Platte. Ja. Da ich jetzt hier rechts und links einen Metallschrank habe, kann ich an die MDF-Platte ein paar Magnete dran kleben, dran machen. Und dann einfach hier davor. Das wäre jetzt so eine Idee. Ich weiß nicht, ob die Idee super ist. Keine Ahnung. Hier in meinem Werkraum habe ich ja die zwei Regale gebaut. Da gab es ja auch jeweils ein Video dazu. Auch ziemlich cool geworden. Sehr stabil. Aus Eiche, Leimholzplatten. Wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Da habe ich mir so Schraubenkisten gefertigt. Das will ich auch noch kurz zeigen. Das hatte ich nämlich im Video nämlich nicht gezeigt. Hier habe ich jetzt meine Holzschrauben drin. Die sind auch ordentlich beschriftet. Ja. Die gängigen Maße, die habe ich jetzt... Dazu habe ich die Kisten gebaut. Aus MDF. Rundum. Schön auf Gehrung. Ja. Kann ich euch mal zeigen. Hier oben. Und auch unten. Wirklich sehr, sehr nice geworden. Vorne habe ich es einfach mit schwarzer Beize hübsch gemacht. Mir gefällt nämlich dieser... Das ist ja nicht richtig dunkel schwarz. Das ist so wie so ein dunkles Grau. Ja. Mit einem Etikett vorne dran. Sieht super aus. Und... Ja. Da passen einige Schrauben rein. Und nicht wie das andere Schraubenregal, was ich hatte. Da waren die Schubkästen etwas schmaler. Und da hat nicht viel reingepasst. Deswegen kam halt dieses Regal. Auf der Seite befinden sich hier diese Plastikboxenkisten. Da habe ich meine Maschinenschrauben, Muttern, Unterlegscheiben und noch ein paar andere Sachen drin platziert. Das hier habe ich ja euch schon mal gezeigt. Das werde ich natürlich auch noch aufpimpen. Das hier ist übrigens verkauft. Das ist weg. Das ist ein schönes Teil. Wollte jemand haben. Also habe ich es verkauft. Ich habe da keinen Platz mehr für. Es war viel Arbeit. Aber... Ja. Was man nicht braucht, sollte man abgeben für jemanden, der es gebrauchen kann. Wie ihr seht, ist eine Werkstatt nie perfekt oder nie zu Ende. Jetzt sollte aber auch endlich mal Schluss sein mit Umbauarbeiten. Ich will endlich wieder mal coole Projekte bauen. In diesem Sinne, coole Projekte. Ja. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal bei einem coolen Projekt oder bei dem Schrankprojekt. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis bald. 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 Vielen Dank.